Das Treffen und töten sie beide. Hi Leute, Herzlich Willkommen zurück zu Ghost Raccoon Whitelands mit den Bobos Fusy, Hitcher und Chewie. Hallo. Moin. Hallo. So. Wir dürfen gar nicht Hallo sagen. Was? Warum? Wir sind keine Bobos, wir sind die Kings, Junge. Mhm. Die Kings also, ja? Ja, wir drauf. Hi. Ihr seid die Kings, alles klar. Ja. Ihr seid die Kings. Also, wir ziehen ja hier durch das Spiel durch, ey. Komm. Carry. Ja. Dein neuer Bus. So. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zum... Gott. Wo fahren wir überhaupt hin? Ähm. Wie heißt denn der? Ach so, wir müssen eigentlich in die andere Richtung laufen. Hups. Und hops. So. Ähm. Wir fahren, wie heißt der? Zu... La Capra. La Capra. Da gibt's ein Treffen, das sollen wir stürmen. Mach mal. Guck mal, ey. Äh. Dankeschön. Also, das wird Hitcher wieder gestrikt, oder was? Auch, aber die Muckel geht voll auf den Sack hier. Das geht. Ich find' die cool. Ja. 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 Ich hab' den Crawler. Äh. Er ist erledigt. Da sind welche, wollte ich nur mal so anmerken. Nö. Da waren welche. Sei die krassen Ficker, ey. Au, wir haben aber keine Dings, ne? Ähm. Oh. Er kriegt's nicht hin, in diesen Helikopter einzuschleigen. Es ist... Es ist wirklich... Ja. Ja, was? Friesi? King? Friesi? Sind wir drin? Ja, haben wir. Sie haben jetzt einen anderen Auftrag. Ja, weil das jetzt hier... Ach, lol. Ja. Ach, lol. Ja. Oh, lol. Egal, wie wir kommen. Ja, ja. Aber es ist sowieso die Richtung, von daher passt das schon. Die wär auch noch ein Hubschrauber. Ja, die haben, äh, für Wildlands und DLC angekündigt, meine Freunde. Au. Leute, wie der die Mauer weg macht, ey. Oh, ne Scheiße, ey. Ich steig jetzt die Straße lang. Irgendeiner hat mir in die Kommentare... Wow, fuck. Irgendeiner hat mir in die Kommentare geschrieben, bester Hubschrauberpilot. Ach. Das war... Das war so kastisch. Irgendwas piept und es qualmt. Ich hätte gerne den Namen von denjenigen, dem kauf ich einen neuen Monitor. Ach, Mann. Aber das Ding ist übel schwerfällig hier, ey. Ohne Mist. Da stehen zwei hier, die sind... Ich wollte nicht schief gehen. Was denkst du, Junge? Das ist so ein Bob, ey, echt. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, Mann. Und jetzt der andere Hedi auch noch kaputt? Ja, ja. Aber das steht direkt an Neuer. Aber wie ist denn... Wie ist denn das passiert? Was ist denn... Was vor allem? Was ist passiert? Das... Das Ding hier. Das... Das... Da hier stand ne Laterna. Ja, irgendwie so ein Fass oder so. Ich... 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 Ich möchte, dass das Hitcher fliegt. Ich wollte noch so aus Spaß sagen, der schafft es noch... Der schafft es noch so 10 Meter davor, das Ding abstürzen zu lassen. Und dann passiert das wirklich, ey. Der ist so unglaublich, oder? Unglaublich. Ja. Was du dann noch erlebst? Und dann töten sie beide. Das ist... Das... Jetzt hab ich alles gesehen im Leben. Jetzt gar nicht in Ruhe sterben. Jetzt... Jetzt hast du wirklich alles gesehen. Baum gepflanzt. Haus gebaut. Kinder gezeugt. Manus verkacken sehen. Das ist alles, was du brauchst im Leben. Hack die Schnauze. Manus verkacken sehen. Du bist so ne Arsch, ey. Lebensziel ist erreicht. Ja, genau. Lebensziel ist erreicht, ey. Man darf mich jetzt Buddha nennen. Wie ich einfach nicht nach oben komme. Es ist einfach zum Kotzen mit dem Umschrauber hier. Ja, das ist mit dem Alter so. Kennt sich aber halt aus, ja. Oh, Mann, ey. Meine blauen Freunde immer dabei. Ey, das sind Sträflinge. Guck mal hier rechts. Panzer. Da kann schon was los da unten. So, jetzt aber. Beschleunigung. Jetzt haben wir's. Du musst aber auch immer mit Gewalt so an der Grasnabe fliegen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Das Problem ist, bergauf fliegen geht einfach nicht. Man bekommt's einfach nicht hin, dass er konstant eine Geschwindigkeit hält. Siehst du hier? Da kannst du mit dem Auto fahren, Alter. Es ist schneller. Da hat er irgendeinen Actionfilm gesehen, da hat er irgendeine geile Scheiße in dem Film gemacht. Und jetzt wird das immer wieder auch so machen. Ach, laber doch kein Scheiß. Ich flieg jetzt gerade hoch. Weißt du das? Bis ich über dem Berg bin. Deswegen hat er auch in den ersten Folgen gesagt, wir sind unterm Radar. Das war bestimmt auch so in dem Film. Ja, der Film hieß unter dem Radar. Für sie, weißt du, was mich deinem Mal im letztes Jahr erinnert hat für einen Film? Was? Roter Oktober. Was für ein Oktober? Roter Oktober. Ach, halt zum Maul, ey. Die Jagd auf Roter Oktober, Junge. Also verstehst du den? Nee. Drittes Ziel da. Ich fand den eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Wir sehen La Cabra. La Cabra. Okay, ich glaube, wir müssen uns ran schleichen. Oder sind auch Dinger. Was sind Dinger? Die, na wie heißen sie? Unidad. Haben wir alle gespottet? Wir müssen den töten, okay. Das heißt... Außen dürfte alles gespottet sein. Lass mal... Was, wir sollen den töten? Wir können den nicht einfach weghauen jetzt. Das wäre zu easy, oder? Doch. Sollen den töten. Den Unterhändler, da stehen aber zwei. Wollen wir mal so einen Mörser-Einsatz ausprobieren? Mach mal. Warte mal kurz. Was hat die jetzt gesagt? Okay. Ups. Irgendeiner hat's verrissen mit dem Ballern. Haben wir's geschafft? Ja. So. Das war ja echt... echt mega billig. Oh. Neues Sniper. Alle gehen unglücklich auseinander. Außer uns. Wir wechseln zum nächsten Einsatzgebiet. Nomads Ende. Ziel am Boden. Wiederhole. Lacken am Boden. Das Ziel ist tot. Ganz schön spät irgendwie. Aber gut. Okay, ähm... Ja, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht wie ich eigentlich bin. Hä? Oh! Gesteckung! Oh! Leil! Ich krieg mich ein bisschen in den Schnee. So! Ja, Fritsch, heute ist kein guter Tag zu sterben. Schass steht im Weg. Boom. Tango erledigt. So. Na ja, gut. Äh... Ja, haben wir den jetzt? Oder wie? Haben wir den jetzt? Ja, das war echt easy. Das ist halt auch clean hier. Und dann holen wir uns wieder. Dann machen wir das. So. Garnate fliegt. Ne, das. Okay. Dann habe ich mir den next geholt, du bitch. So. Na ja. Haben wir alles? Nö. Doch, in der Waffenteil. Oh. Oh. Einfachen Teil haben wir hier. Äh, das heißt ja, das Gebiet ist sauber, oder? Seht mal da. Äh, ich denke mal ja. Ja. Was haben wir jetzt mitgebt? Geh doch rein. Geh doch rein. Dein. Sag mal direkt, Schrotgewehrmündung. Na ja. Aber wir haben Rage hat gesagt, wir haben ein neues Schafelskopf. Wir haben neue, äh, Dings gekriegt. Schafelskopf. Wenn man dann dran möchte. Chikamala! Ich habe eine Präzision. Feuerradergeräuschmünderung. Ah, ist auch kein Schalldämpfer. Das hat wieder kein Schalldämpfer, das ist scheiße. Es sind immer diese, äh, named Waffen, da kannst du keine Teile drauf packen, ne? Richtig? Was die Erscheinung ändern? Oh, ich habe neue Körperdetails. Ich hab neue Tattoos. und neue kleidung ok was habe ich noch neu auch ein sanderblanker t-shirt war wie krass accessoires augen extra gucken wir doch mal auf der map auch geklärt ein astro schon komplett weggemacht ja so wo das sieht auch neues aus doch wir sind bereit wir haben eine lieben freunde ich komme so war der habe ich alles ich überlege gerade das haben wir fertig oder haben wir quasi dings haben wir komplett fertig hier was ist das da oben gewesen einfluss schmuggel war das schmuggel ist die schönheit ach so la cabra die haben wir gerade gemacht ja dann warte lasst uns aus sicherheit der typ der ist aber ziemlich krass drauf dann lass uns doch einen höher fliegen dazu im schmuggel mit den dreiern schmuggel schmuggel okay mach mal wohin schmuggel 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 Über die Berge muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, wenn du nicht dein Maul nennst, mach ich mit dir die Trott. Ach, halt die Schnauze. Wooo, Shittleshake. Das war ein Helikopter Shittleshake. Guck mal auf die Map, wo der nächste Heli ist. So, warte mal, wir können es werden. Guck mal, hier links ist voll der Auftrag. Dann lass mal machen. Nee, war das jetzt hier? Ja. Ja. Das müssen immer ab. Es darf zurückgeschossen werden. Ich hab den Typer schossen. Ist es gut, dass ich den erschossen hab? Ja. Ja, ist gut. Ich... Ich mach'n Dickerchen. So. Alles klar, chill du mal. Waffenteile werden jetzt freigeschaltet. Wie wär's, wenn wir erstmal alle töten, du... Volltreffer. Was? Haben wir das jetzt... Haben wir das jetzt erfüllt? Aber ich hab' diesen... Wow. Vollidiot. Aber ich hab' diesen... Junge. Das sind ja an der Tankstelle. So. Du hast jetzt Waffenteile genommen? Ja. Da haben wir hier direkt eins. Hier nehmen an, 400 Meter. Weitere. Weitere. Ich will noch einen Heli, vielleicht kann der schießen. Ja. Boah. In dem Ding, wir landet, alter. Genauso war der Plan, ey. Boah. Halt. Die werden dich sehen. Granate fliegt. Womo ist da, bitches? Beaches. Die bösen Jungs... Hier, einfach nicht drüber quäler. Das ist zum Heulen. Ach, gleich gestorben Arsch. Laufshet außen rum. Oh, shit, scheiße. Die sehen uns. Nein, nein, nein. Sauber. Oh. Oh. Oh, schön. Das ist was für mich. Ich würde ja auch gerne mal nimm. Machst du nicht. Ey, ich dränge der Opa sich auch noch vor. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Da kommt ein Heli. Die Freihalschinen. Die Freihalschinen. Die Freihalschinen los sein. Ich bin hier von Alarm. Alarm im Darm. Heli, Heli. So, geht. So, geht. Kann denn mal einer bitte runterholen? Wen denn? Ich bin dabei. Ey. Er gemeint ja schon. Hab ihn. Ich bin wie abgeschossen. Schöne Landung hat er trotzdem noch gemacht. Kann mir nichts sagen. Weg jetzt hier. Wo ist der Heli? Dann. Granate fliegt. Granate fliegt. Granate fliegt. Granate fliegt. Ja genau. Wer will die Granate auf mich werfen? Fiesi? Nee. Das war dann nicht etwa fiesi. Nee. Warte mal. Ich muss mir was neues markieren. Warte mal. Hier haben wir noch was. Da, 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 da. Wir tasten uns jetzt einfach so meterweise nach vorne. Ich könnte ehrlich gesagt noch ein paar Rohstoffe gebrauchen. Viel Medikamente. Wir werden die Heli wegbringen. Jo. Alles okay. Ich hab direkt das Beweismaterial vernichtet. Einer noch. Schön. So, habt ihr alle? Ja. Saura drüben. Vielleicht schaffen wir's ja diesmal den Heli hinzubringen. Wir brauchen Magazinerweiterung für die M4. Das wär immer nice. Ja, wo gibt's das? Keine Ahnung. Achso. Das Ding ist so schwerfällig. Ohne Scheiß, Alter. Das ist dieselbe Stelle wie eben. Oh. Übung macht der Meister, sag ich immer. Hat der nicht gesagt, oder? Ich glaub ich werd da... Ich werd da so ne epische Musik einspielen. Das A Team. Ich muss die Musik voneinander ziehen. Dann am Ende kommt dann... Houston, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Der ist schneller, ne? Der Kleine. So, warte mal. Jetzt sind wir ja wieder hier. Ja. Okay. Dann holen wir uns das eine Waffenteile noch. Ich glaube, dann haben wir alle Waffenteile in der Zone. Hier gibt's nämlich nur... Ne, Waffenkiste. Zubehör gibt's. Oh, warte mal. Hier gibt's noch zwei Waffen. Ja, unten links ist noch ein und oben. Links ist noch ne Waffenkiste. G2. Unten links gibt's sogar ne relativ gute, die G2. Und was gibt's oben? Uh. Ne, oben ist nicht so geil. Maschinenpistole. Hier unten noch. Noch holen. So, wo fliegen wir jetzt hin? Wollen wir was rauskriegen? Ja, flieg doch mal in unser Einsatzgebiet. Ja, da kann man immer mal... Ach so, ja. ...bescholen. Kannst du auf dem Weg, kannst du die Maschinenpistole mitnehmen? Oh, scheiß Berg. Es war einmal im Menü. Okay, ne, dann auf ins Einsatzgebiet. Okay, ne, dann auf ins Einsatzgebiet. Wollen wir mal voll John Jay Rambo Style hier. Dun 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 dun. Woo! Ach, Mann, ey. Oh. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ich weiß nicht, was er hat. Ich weiß echt nicht, was er hat. Ich würde hier so schön im Fluss entlang nach unten fliegen. Oh, da hinten explodiert was. Oh, jetzt kommt ein richtiges Feeling auf. Ja, da ist ein Fehler gemacht, das erfahren wir eigentlich. Eigentlich muss ja... Eigentlich muss ja... Eigentlich muss ja... Eigentlich... 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 Ähm... Ähm... Äh... 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 Eigentlich diese... Dieser Rauch, der gehört zum Feeling dazu. Hier so, weißt du? So knapp über der Straße. Down down. Wir sind das A Team. Die unbezwingbaren. Woo! Woah, da hinten schon wieder Explosion. Woo! Und das war's. Never ever bitches. Woo! Zeit, oder Alex? Wow! In... Boah, Alter, ich hab 180 gemacht. Fickt euch alle. Habt ihr das gesehen? Ich komm nicht. Ja. Habt ihr schon mal eine seitliche Rolle aus dem Heli gesehen? Wie der... Wie der immer versucht auch Scheiße noch was Positives rauszuholen. Ach... Ja, echt. Habt ihr ohne Scheiß schon mal einen verfickten Hubschrauberpiloten gesehen, der eine seitliche Rolle mit nem Heli macht? Granate! Wenn... Wenn du's schaffst, dass der Heli dann noch heilig bleibt. Nee, den kannst du auch nicht mehr sehen, weil der in seinem Heli verbrannt ist. Das wär der Hammer, wenn das Ding geklappt hätte, Alter. Das wär der Hammer. Ihr hättet mich gefeiert, ey, ihr hättet alle gesagt, boah, hier sind die Nummer von unseren Müttern und alles. Und hier, Marius. Und bitte... Dürfen wir die Städten, ne? Und... Ohne Scheiß, ey. Aber nee, geht's einmal schief, ne? Und es war ganz knapp davor. Dass es klappt. Es war ganz knapp davor, Freunde. Scheiße sah das gut aus. Hitcher. Bitte. Schreibt dir das mal bitte alles auf und zur Gamescom gehen wir denn den dicke Kopf los. Die kannst du eigentlich nur mit dem Auto mal fahren, ne? Das ist doch gemein. Machen wir mal nen Vlog draußen. Habt ihr jetzt meine Karre besorgt, ihr Mongos? Wollt ihr drei Kilometer laufen, oder? Tschui denkt wenigstens mit. Ja, ne? Jetzt überfahren wir erstmal die anderen. Los geht's. Aber wir müssen das mal irgendwie... Wie können wir das erhöhen, ey? Das geht mir voll auf den Sack. Was erhöhen? Na, dass ein anderes Auto spawnt. Oder vielleicht sogar ein Hubschrauber. Das geht ja irgendwie. Ja, aber ich glaube das ist von Zone zu Zone. Könnt ihr mal warten? Oh, haben wir Füße übersehen? Oh, ist ein Arsch. Wer will hier wen überfahren zur Gamescom, ey ihr Spastis? Wer will hier wen überfahren? Das ist ein Bubbo, ey. Danke, Rolle. Schreibt dir das auch auf. Ja. Beleb mich wieder. Jetzt müsste der Zug, jetzt müsste der Zug kommen und den Manus mitlegen, ey. Ich zöne dich nicht. Warte, ich hab noch mal... Warte, ich hab bei Hitcher noch was vergessen. Schöne feste Arja, Junge. Schöne gekocht Arja. Was steht denn da um Schuh wieder rum, wie an gewohnt? Oh, wer kommt denn jetzt hier schon mit dem Ding an? Hitcher. Oh, wie geht das nicht da hinten drauf? Tüschdecke, Tüschdecke, Pflaumen. Füße, kommst du? So. Alter, ey. Ohne Scheiß, komm jetzt mal. Ja, ist in Ordnung, Mann. Jetzt hör doch mal auf, gleich wieder auf die Kachel zu ballern. Wer sitzt denn da? Ey, hallo. Hahaha. 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 Es ist der übelste Tiss, Junge, ey. Oh, nein. Halt die Schnauze, Alter. Forget it. Oh, du Leute, Leute. Es ist so episch. Bisschen wir zu A oder B? B. Das wäre dann da drüben. Das ist aber auch echt nice, ey. Wuuu. Okay, Leute. Aber, wir sind auch erstmal fertig. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im neuen Gebiet. Mit dem Schmuggel geht es weiter. Ähm, schon bei den anderen TV-Plans. Und, ja, lasst das Däumchen nach, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Ciao. Ciao. Ciao.